Applaus So, liebe Gäste, liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, ich darf Sie hier in der Kölnstelle in Rotwisch zu unserem dritten Ruhestand in der 2. Bündnisliga recht herzlich begrüßen. Applaus Ich komme auch gleich zur Vorstellung der Wettkämperinnen und Wettkämpfer, wir werden die Freie Mannschaften heute am Start, ich fange bei der Kampfmannschaft, sie lautet es an, und wir haben Ihnen folgende Sportfreundinnen und Sportfreunde an den Start. Applaus Christoph Pilschkoch Applaus Philipp Buschek Applaus Marius Lytkowski Applaus Matthias Meier Applaus Und hier ist zu sagen, die Julia Bote ist heute nicht am Start, heute aber beim Kampfgericht eine Kutschrift, da ist sie also nationale Aufgabe zur Freiheit, startet sie heute nicht möglich, aber wie gesagt, eine Kutschrift könnte man ja zugute. Außer der Werbung startet für diese Krankenmannschaft, Herr Gülis, Marcel Müller. Applaus 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 Hier ihr Gutes, ist bestimmt so nicht so gut, oder? Vielen Dank. 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 Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. So, thank you. So, thank you. 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 Gase belassen. Ich möchte erst einmal einen guten Abschluss der heutigen Veranstaltung und eine kühlige Erhebung. 195 Liter Karten mit Stoßen. 350 in Zweikarten. So, liebe Sportfreunde, liebe Sportfreunde, wir kommen zur Siegejahres Auswahl eines heutigen Wettkampfes. Zum 3. Durchgang in der 2. Bundesliga. Abordnungsgemäß siegt heute wieder die Kampfgemeinschaft ZDL-Kürlitz mit 695,8 Punkten. Der 2. Platz geht nach Riesa, Riesa Athletiker mit 559,8 Punkten. Und der Gastgeber auch abordnungsgemäß mit 448,6 Punkten. Zu den Einzelangebemnissen ist folgendes zu sagen. Ich beginne wieder bei der Sieger, bei der Kampfgemeinschaft ZDL-Kürlitz. Diese Kutschrift habe ich bereits mehrfach erwähnt für die UIA. Und die 127 Punkte sind auch gerechtfertigt. Die stehen also hier zu voraus. Sandra Martin erreichte eine Leistung. Ich sage also den ersten Wert im Reisen, den zweiten im Stoßen, Zweikampf und die Relativpunkte dazu. Weiter sagt, was sieht so aus. 55 gerissen, 70 gestoßen, sind 125 im Zweikampf und 93,0 Relativpunkte. Christoph Fischler, 78 gerissen, 98 gestoßen, sind 176 im Zweikampf und 92,0 Relativpunkte. Philipp Buschek, 110 gerissen, 127 gestoßen, sind 237 und ebenfalls 92,0 Relativpunkte. Der beste Bein der heutigen Veranstaltung. Der beste Bein der heutigen Veranstaltung. Marius Witkowski mit einer Leistung von 155 im Reisen, von 128 Stoßen, sind 337 im Zweikampf und 160,8 Punkte in der Rennbewerbung. Matthias Bayer, von der gleichen Kampfgemeinschaft, 155 gerissen, 195 gestoßen, sind 352 im Zweikampf und 131,0 Relativpunkte. Mit der Zuhörung finden wir eine sechstelige Hebelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.